moin moin heute willkommen zu einem weiteren video auf diesem wunderbaren kanal heute will ich euch mal zeigen wie man sich das viso steuerprogramm download beziehungsweise dann installiert und dazu let's go als erstes dazu öffnen wir einfach mal den firefox und gucken dass wir den download link einfügen so rauslöschen einfügen so und da sind wir auch schon im download so jetzt wählen wir einfach nur unser betriebssystem mac os oder windows wir nehmen natürlich windows und schon startet der download so dann zeige ich euch gleich wie es weitergeht nach dem download so die datei ist jetzt soweit heruntergeladen jetzt klicken wir die exe an sagen ja wir wollen das ganze ausführen und dann startet auch der entpackungsvorgang das heißt die dateien werden einfach entpackt so dass wir sie dann gleich installieren können das heißt wir sehen uns gleich wieder wenn der installationsvorgang selber beginnt so und dann sind wir auch beim installationsvorgang ja wir wollen einfach nur ganz neu installieren hier geben wir ein konto unsere kontodaten ein wenn wir schon ein bui konto haben ansonsten klicken wir rechts auf neues konto erstellen tipp 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 so dann auf weiter und hier geben wir den lizenzschlüssel ein entweder könnt das manuell eingeben oder ihr macht einfach copy paste kopiertes und fügt es dann hier einfach nur ein so und dann wieder auf weiter die ganzen akbs software lizenzen noch annehmen und dann geht die installation auch schon los das ganze dauert eigentlich im normalfall nicht allzu lange und je nachdem natürlich was er für eine festplatte habt ihr könnt ihr noch auswählen was für eine installationsordnung wir nehmen wollen beziehungsweise eine festplatte wir lassen das ganze hier einfach auf der standard festplatte so und dann geht es weiter und schon startet die installation so sieht das ganze dann aus wenn die installation fertig ist die exe datei wird auf den desktop gepackt wir kriegen noch eine mitteilung jetzt kommt gleich noch mal ein menü in dem wir unsere kontodaten noch fertigstellen können wenn wir das wollen dann müssen wir noch mal einen kleinen augenblick warten da kommt es auch schon das wollen wir allerdings nicht das heißt wir überspringen das ganze dann einfach genau und dann war die installation auch schon zu ende gut jetzt können wir das programm noch starten das machen wir noch mal ganz kurz und ansonsten soll es das ganze eigentlich auch gewesen sein ich hoffe das video hat euch gefallen hat euch was gebracht lasst gerne ein like ein kommentar da ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal